Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World. Ja, diesmal ist es richtig... Diesmal ist es das richtige Spiel. Und wir legen gleich mal in Vanilla... Dom. Dom. Eins, los. Oh nein! Das war so aus mir nicht. Ich riskiere immer einfach zu viel. Oh, das war mal knapp. Gucken, was hier so schönes drin ist. Eine Feuerblume. Hm, was soll ich mir nehmen? Ich glaube, ich behalte das Cape dann doch noch. Das weiß ich bloß nicht, wo die Select-Taste ist. Scheiße. Na, egal. Dann nehme ich halt das, was mir auch zur Verfügung steht, ne? Das sah mal lustig aus. Ähm. Wir gehen einfach jetzt mal... Zack. Ups. Ah, Gott sei Dank. No! Komm her, komm her, komm her. Los, 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 los. Zack. Und... Boing! Und ich komme da einfach nicht durch. So ein... Egal, ich gehe einfach oben lang. Das ist mir egal. Auch wenn es ein paar Leben gibt oder was auch immer. Ich gehe oben lang. Und ich spiele gerade ein bisschen Musik. Mit... Dün, 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 dün. Ich mache das ganz einfach. Zack. Ich gehe lang. So. Ein bisschen chillen. Das war schlecht. Und tschüss. Na toll. Ich hätte auch... Boah. Ich habe ja den... Ach nee, den Oma hatte ich gar nicht. So, was ist denn hier oben? Muss beeilen. Okay. Das lasse ich jetzt lieber. Sonst sterbe ich noch. Und das wäre sehr tragisch. Und ich hoffe mal, der Sound ist jetzt nicht allzu laut. Auf jeden Fall habe ich die Frame-Dings-ter-Boomster-Gier. Das ist so unten rechts. Das habe ich jetzt weggemacht. Yeah. Nice. Das Level ist aber lang, ne? Jetzt kommt erst der Mittelpunkt. Da frage ich mich echt, wie lange so ein Level dauert. Oder wie lange das dauert. So, was gibt es da? Hier gibt es Münzen. Da komme ich nicht durch, weil ich nicht... ...inwüchsig bin. Ähm... Gehen wir mal nach oben und... ...wumm. Was? Noch... Fuck, habe ich die Blumen angesammelt. Nein, mein Cape ist weg. No. Naja, scheiß drauf. Bin ich halt kein Superhelge mehr. Aber ich wollte es so gern. Ich hätte da das Ziel gewesen. Mann, ooo... Warum nur? Ja, toll. Jetzt weiß ich nicht, wo die Select-Taste ist. Vielleicht Q, W... Ich drücke auf jetzt mal ein paar Knöpfe. Da wird sich schon irgendwas... ...finden. Ich da... ...daten... Oh, jetzt hab ich... Nein, 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 nein. Ich hab's gefunden, den... Jetzt muss ich wieder in die... ...Steuerung reinkommen, weil ich gerade... ...ein bisschen rumgedrückt hab. Jetzt... Jetzt hätte ich aber da oben lang gehen können, aber wenn ich klein gewesen wäre. Egal. Komm, mach hin. Zack. So, noch ne... Das ist doch gar nicht schwer. Warum stelle ich mich so behindert Kacke an? Jetzt geh ich aber da durch. Jetzt hab ich die Schnauze voll hier. Da gibt's wenigstens eine nette Sache im Spiel. Und jetzt stockt das. Warum stockt das? Nicht getroffen. Wie nice. Und ich fall wieder da... Oh, Mann. Oh, we love us, my you. Ich hoffe es einfach nicht. Jetzt mach ich aber einen Speedrun. Jetzt geht's ab hier. Darf jetzt bloß nicht zu schnell sein, weil jetzt versaue ich mir die ganze Kacke wieder. Ich wusste es. Äh, fail. Mann, nooo. Wow. Komm nur her, hier. Komm her. Oder traust du dich nicht? So. Oh, Mann. Das Level dauert so... Der extrem verdammt behindert lange. Und da ist das Ziel. Kommt aber noch ein... Chuck. Charlie. Und wir haben's endlich geschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh, Mann. Ich hab im Spiel aber schon fünf Minuten rum. Wegen so einem behinderten... Scheiß-Level. Wenigstens krieg ich ein Bonus-Minispiel. Ja, leck mir ja schön dazwischen. Damit ich keinen Bonus bekomme. Naja, wenigstens zwei Leben. Wenn das... Ja, zwei Leben. Danke, Gott. Jetzt gibt's eine Unterwasser-Passage. Unterwasser-Level, oder? Oder ist das immer noch Höhle? Ich glaub, das ist so halb, ne? Wie... Der Fisch killt mich, obwohl er eigentlich auf Land ist. So, hier so ein kleiner Trick. Man kann mit Panzern schneller... Wow. Der ist jetzt hier da durchgeglitscht. Man kann mit Panzern viel schneller schwimmen. Wie ich Unterwasser-Levels hasse. Das war im Ernst. Wer mag Wasser-Levels? Das machen die in den Elf wieder doch bestimmt nur, weil sie uns ärgern würden. Ich kenn' keinen Schwein, das unter Wasser-Levels mag. So. Das war schlecht. Komm du her. Hier müssen auch bald Chucks kommen und so weiter. Das sind Feinde halt. Hier gibt's ein Leben. Das weiß ich sogar noch. Ja. Und ich krieg's nicht. Oh. Göttlich. Hier, ne Feder, ne Feder, ne Feder. Ne Feder, komm her. Yay. Zack, 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 zack. Ich mach' mal die Feuerblume, weil die bringt dem Wasser viel mehr, wenn man sich... Jetzt hab' ich nicht... Oh. So, wieder da. Mein Vater kam rein und hat mich... Hat gefragt, ob ich Kleber hab. Fragte mich nicht, warum. Ich so aus, als ob ich ein Kleber-Mensch bin. Ja, nicht. Ja, komm, spack mir hier ab. Puh. Gut, dann will ich aber erst mal jetzt meinen Umhang holen. Welcher Knopf war das nochmal? Gut, das war Shift. Muss ich mir merken. Das ist aber schnell, das Level schaffen. Ich will mindestens... Ich mach' mindestens drei Levels. Weil ich denk' mal, ich schaff' hier auch nicht mehr. Und die Zeit ist auch schon... ...wieder bald um. Scheiße, Tastatur. Und jetzt... Ich komm' auf einmal noch Lex, mach' einfach rum. Was hab' ich gemacht? Mach' ich einmal einen Cut und dann... Äh, äh, Simon. So nenn' ich mich einfach mal. Warum machst du denn einen Cut? Ihr könnt natürlich mich auch Siemens nennen. Oder halt einfach nur Simon oder... Wer Super Siemens oder andere, die das überhaupt nie aussprechen können, die sagen... Die Super Siemens oder Tiste oder die Super Siemens richtig schnell. Könnt ihr zwar auch sagen, das klingt geil. Ist aber scheiße und es lag' ich mach' mal kurz einen Cut. Ähm. Momentchen. So, Leute. Ich bin wieder da und ich weiß auch, warum es gelegt hat. Hatte. Der Anfang, der muss jemand ein bisschen einfinden. Das ist normal. Aber irgendwie hatte ich mein Virus-Schutz-Programm geöffnet. Aus irgendeinem Grund auch immer. Und ich sterbe immer nur... Wow, das war nice. Ich sterbe immer nur, weil ich vergesse, nach oben zu schwimmen. Was ist los? Alter. Was ist das denn hier? Den Pilz will ich jetzt haben. Du gehst mal schön in die Ecke und... Ich schämst dich. Ich vergesse immer, einen Knopf zu drücken. Ja, jetzt kriege ich den Pilz noch nicht mal. Wie schlecht bin ich denn? Genau, den Knopf drücke ich nicht. Ich drücke... Ich drücke immer die Speed-Taste und nicht... ...den nach oben schwimmen-Knopf. Und deswegen verkacke ich immer. Wenn ich da jetzt gestorben bin, dann bin ich mir aufgeregt. Das war sau-knapp. Und die sind die Fische, die ich über alles liebe. Lasst uns zusammen... ...ein paar Fische grillen. Ja, da kam der Leck dazwischen. Mann, wie unfair. Alles läuft prima. Und dann auf einmal... ...tot. Aber gerade in dem Moment laggt es, wenn ich da... Ey, ich will wenigstens das Level noch schaffen. Bitte lass mich das Level mal schaffen. Diese Lecks hier, diese kleinen, ekelhaften Dinger regen mich sowas von auf. Es leckt ja noch nicht mal. Das sind diese... ...Zwischenstopper, keine Ahnung. Drecksdinger. Jetzt kriege ich wenigstens den Pilz, danke. Bisschen mal großzügig. Jetzt krieg ich ja gar nichts. Wow, 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 wow. Und die Rang hoch. Ich will wenigstens das Level noch schaffen. Nice. Ein Part. Zwei Levels. Na gut, wenn ich mal zwei Levels geschafft... ...würde sagen, das ist dann nicht das Ende gegangen. Und... Oh, wieso drehst du dich um, du Spacken? Scheiß Ding, ey. Diese Fische sind so scheiße platziert. Obendurch kann ich bestimmt eh nicht. Ich wollte mich oben behalten. Ich wollte mich dann oben behalten. Scheiß Level, ey. Oh Gott, ihr werdet euch bestimmt so totlachen. Ich verliere so viele Leben. Und... ...für den unnötigsten Stellen. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Und ich muss gleich rülpsen. Das ist die Anspannung. Das muss man aufzulegen. Hallo? Ja. Vielleicht kommt sie raus. Oh, ist die Anspannung. Oh Gott. Es fühlt sich an, wie ob ich ein Mäbel bekomme. Nicht, dass ich... Nicht, dass ich schon eines bekommen hätte. Nein. Nein. Ich schon nicht. So, das mache ich jetzt jetzt so mit extra, damit ich endlich mal durchkomme hier. Mann. So schwer ist das doch gar nicht. Komm, tauch unter. Tauch unter. Dankeschön. Seid ihr aber großzügig. Gut, am besten... Wow. Am besten mache ich das so. Ich gehe nach unten. Oh, hier kann ich auf den Fußboden gehen. Lalalalala. Lalalalala. Wow. Habt ihr das gesehen, wie knapp? Scheiße, wie knapp, ey. Komm, tschack. Oh nein, das ist doch... Oh, nein. Oh, das ist so übelst grässlich. No. Die... Oh, das ist so übelst, mein Schall.